Dieser gebrauchte Renault Captur steht hier zum Verkauf. Der rote SUV ist fünftürig und bietet Platz für fünf Personen. Der Kilometerstand des Wagens liegt bei unter 32.000 Kilometern. Die Erstanmeldung war Ende 2015. Der SUV bietet zahlreiche Ausstattungsdetails wie Sitzheizung, Alufelden, Navigationssystem, ESP, Bordcomputer und noch vieles mehr. Das Fünfgangsschaltgetriebe überträgt eine Leistung von 90 PS. Der angegebene Verbrauch des Benziners liegt bei 5,4 Litern pro 100 Kilometern. Kontaktieren Sie uns. Wir beantworten gern Ihre Fragen.